Hallo, mein Name ist Bernhard Wolf und mein neues Buch heißt Denken hilft! Frische Ideen für Gedächtnis und Kreativität. In dem Buch geht es darum, wie das mit dem kreativen Denken wirklich funktioniert. Wie kann ich meinen Wortschatz trainieren? Wie kann ich mir hunderte Namen merken? Wie komme ich immer auf die richtig gute Idee? Ich glaube, wer kreativ denken kann, der kann auch seine eigene Zukunft erfinden. Ich freue mich auf Sie als Leser und als Zuschauer. Denn Denken hilft! So heißt nicht nur das Buch, so heißt auch meine Live-Show. Denken hilft! Hinterher ist man immer schlauer.